Montag ist Montag. Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Höffi Show. Ich bin Claudia und ich habe heute ein absolutes Sahnestückchen für Sie. Erstmal herzlich willkommen Dirk. Schön, dass du da bist. Claudia, grüß dich. Und wir präsentieren Ihnen heute den Honey Hocker. Der sieht super cool aus. Absolut genial. Ich bin auch total verliebt drin, ja. Es ist das absolute Design Piece 2018. Jegliche Blogger, die was von sich halten, die haben über diesen Hocker berichtet. Auf Instagram wird der hoch und runter fotografiert und wir haben ihn heute für Sie da und werden Ihnen den Honey Hocker etwas näher vorstellen. Vielleicht kommen wir erst mal zum Material Dirk. Wenn ich hier so drüber fasse, das ist super kuschelig. Ich würde fast sagen wie so ein Katzenbaby. Das hat so einen schönen samtigen Charakter, nicht? Das ist 100 Prozent Polyester und durch diese Florverwerfung auf der Oberfläche hat das immer so ein gewisses Eigenleben auch, ja. Das ist total toll. Ja, toll. Schön, dass ich dich da habe heute. Natürlich, gerne. Also er ist wirklich sehr, sehr streichelzart, ganz, ganz weich. Und kann ich mich hier draufsetzen? Da kannst du dich draufsetzen. Das ist eine Schaumstofffüllung und da kannst du dich ganz bequem draufsetzen, ohne Probleme. Sie können auf diesen coolen Hocker nicht nur sitzen, sondern ihn auch als Beistelltisch verwenden. Wenn ich jetzt hier mal so das Tablett drauf stelle. Ich habe zum Beispiel bei mir zu Hause auch keinen Tisch neben der Couch, aber das sieht doch viel, viel cooler aus. Das sieht total stark aus. Als sich da so einen Holztisch hinzustellen. Ja, absolut. Also wirklich sehr, sehr schick. Und ja, wir haben richtig coole Farben, die mir auch sehr gut gefallen. Einmal das Lindgrün. Richtig. Und einmal das Altrosa. Absolut. Dein Favorit, Altrosa? Das Altrosa, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir haben nämlich auch schon drei Stück davon. Ja. Weil ich finde die Kombination mit den Farben und mit diesem Gold-Edelstall unten, der Sockel, das sieht einfach super, mega genial aus. Ja. Super schick. Absolut. Ich meine, wir haben die auch draußen auf der Terrasse zu stehen. Ja. Gerade mit dem Tablett in Verbindung. Absolut. Ja, gute Idee. Genial. Absolut, ja. Was mir da vielleicht auch noch im Sinn kommt, im Bad kann ich mir den Hocker auch ganz gut vorstellen. Ja. Vielleicht um Sachen drüber zu werfen. Leute, die vielleicht ein bisschen schickeres Bad haben. Also unglaublich viele Verwendungsmöglichkeiten. Sieht sehr edel aus. Super edel. So, und wenn Sie jetzt sagen, diesen Hocker, diesen Puff möchte ich gerne zu Hause haben, wir haben gute Nachrichten für Sie. Den können Sie online bestellen oder Sie rufen die Hotline an oder Sie kommen einfach bei uns vorbei und lassen sich beraten. Dann können Sie den Hocker gleich direkt kaufen und mit nach Hause nehmen. Und jetzt kommt die alles entscheidende Frage. Dirk, ich bin total verliebt. Ein bisschen auch in dich, aber mehr noch in den Handeln. Ich wollte schon gerade nochmal fragen. Okay. Was kostet der denn? Also die Variante hier, die ist 35 Zentimeter hoch. Da haben wir einen Preis von 89 Euro. Und die etwas schmalere, aber dafür höhere Variante, da liegen wir bei 42 Zentimeter, da nehmen wir 69 Euro für. Aber nur die eine Woche. Wirklich unschlagbare Preise. Da müssen Sie wirklich mal im Internet schauen, ob Sie diese Qualität, diese tollen Hocker für diese Preise bekommen. Also es lohnt sich da wirklich zuzuschlagen. Eine Woche ist das Angebot gültig. Eine Woche lang, genau. An Ihrer Stelle würde ich jetzt ganz schnell zum Hörer greifen und die Hotline anrufen. Sie können den Honey Hocker natürlich aber auch online bestellen. Oder Sie kommen einfach zu uns vorbei, lassen sich beraten und können den Hocker dann auch mitnehmen. Beide Varianten gibt es auch in beiden Farben, richtig? Definitiv, das ist richtig, jawohl. Und Sie können sich jetzt dieses coole It-Piece nochmal ein bisschen genauer anschauen. Ja, liebe Zuschauer, das ist der Honey Hocker. Wie gesagt, absoluter Social-Media-Liebling. Jeder will ihn haben. Wir haben ihn für Sie hier zu einem unschlagbaren Preis diese Woche. Und zwar für? Die Variante. 35 Zentimeter hoch, etwas breiter. Da berechnen wir 89 Euro für. Und die etwas schmalere, aber höhere, 42 Zentimeter, da nehmen wir 69 Euro für. Aber nur die eine Woche. Ja, liebe Zuschauer, das ist der Honey Hocker, den wir Ihnen heute vorstellen. In richtig tollen Farben. Lintgrün. Eine deiner Lieblingsfarben? Definitiv. Altrose, auch eine richtig tolle Farbe. Und das Besondere ist am Honey Hocker, Sie können ihn so vielseitig verwenden. Einmal natürlich als Beistelltisch, um etwas draufzustellen. Der Hocker trägt Personen, das heißt, Sie können ihn einfach als Sitzmöglichkeit nutzen. Vielleicht ins Bad abstellen, ins Schlafzimmer abstellen, dass Sie ein paar Sachen drüber werfen können oder einfach nur als richtig schickes Design-Piece. Damit liegen Sie auf jeden Fall ganz weit vorn. Wir können uns auch ganz geschmeidig jetzt da die Beine rauflegen und so ein bisschen gemütlich machen. Also für mich schon, oder? Das ist eine fantastische Idee. Das sollten wir jetzt mal auch tun. So mache ich auch jetzt meine Abmoderation. Absolut. Ach, herrlich. Liebe Zuschauer, das war der Honey Hocker und ich hoffe, Sie sind genauso verliebt in den Hocker wie ich. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Montag ist Montag und dann haben wir wieder viele tolle Produkte für Sie. Bis dahin, macht es gut. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017